Damit in Ihrem Unternehmen die Chemie stimmt. Damit Sie im rasanten Markt nicht den Überblick verlieren. Damit Sie mit zukunftsweisenden Ideen vorankommen. Damit Sie den bestmöglichen Weg finden und langfristig auf Kurs bleiben. Als Ihr Partner entwickeln wir mit Ihnen gemeinsam innovative Konzepte für Ihre optimale wirtschaftliche und rechtliche Struktur. Wir planen und verwirklichen mit Ihnen ganzheitliche Strategien. Sowohl für Ihre Unternehmensnachfolge als auch für Unternehmenskäufe oder Verkäufe. Gemeinsam brechen wir mit Ihnen zu neuen Ufern auf, damit sich Ihr Einsatz auch für die folgenden Generationen noch lohnt. Wir versorgen Sie als Ihr Partner mit frischen Konzepten, damit Ihr Lebenswerk nicht mit einem Haltbarkeitsdatum endet. Als strategischer Berater bieten wir Ihnen umfassende und zielgerichtete Lösungen an. Ob bei der Vermögensübertragung, ob bei Umstrukturierungen und Sanierungen oder bei Investitionen und Finanzierungen. In Zusammenarbeit mit Banken, Rechtsanwälten und dem Finanzamt machen wir den Weg nicht nur frei, wir finden auch den richtigen für Sie. Wohlat, Aldag und Partner. Nicht nur Ihr Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, sondern auch Ihr strategischer Partner in Itzehoe. Für Sie.